Brandenburgs Ministerpräsident nannte die Bundeswehr eine Schule der Einheit, verwies auf den Einsatz während des Oder-Hochwassers. Zu bedauern bleibe, dass nur ein kleiner Teil der NVA-Soldaten übernommen wurde. Bei den Reformen jetzt dürfe der Osten nicht leiden. Die wenigen verbleibenden Standorte der Bundeswehr im Land Brandenburg wollen wir nun erhalten. Denn sie sind verteidigungspolitisch nötig, haben eine hohe Bedeutung für den Rückhalt der Bundeswehr in der Bevölkerung und sind auch ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft des Landes. Fast einen Kilometer weiter hinter den Absperrungen versammelte sich eine kleine Gruppe Demonstranten, um gegen das militärische Zeremoniell zu protestieren. Der große Zapfenstreich am Abend aber verlief ohne Störungen, jedoch unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Der Energiekonzern E.ON will das Kernkraftwerk Stade im Jahr 2003 abschalten. Wie das Unternehmen am Abend mitteilte, sollen noch weitere Kraftwerkskapazitäten vom Netz genommen und dabei bundesweit rund 1500 Arbeitsplätze abgebaut werden. Von den Stilllegungen seien in Deutschland insgesamt neun Standorte betroffen. Damit reagiert E.ON nach eigenen Angaben auf die Überkapazitäten, die durch die Liberalisierung der europäischen Strommärkte entstanden seien. SPD und Bündnisgrüne haben bekräftigt, dass sie an der Ökosteuer festhalten. Es gebe keinen Anlass, etwas zu verändern, sagte Bundeskanzler Schröder. Das Prinzip, Arbeit billiger und Energie maßvoll teurer zu machen, funktioniere. Außerdem zeige das Auf und Ab der Benzinpreise, dass dafür die Förderländer und die Ölkonzerne verantwortlich seien. Berichte, die Ökosteuer solle abgeschafft und die Mehrwertsteuer erhöht werden, wiesen Schröder und Umweltminister Trittin zurück. Die Deutsche Bahn will sich beim Güterverkehr künftig auf Langstrecken konzentrieren. Bei den Strecken unter 150 Kilometern soll die Güterverteilung per LKW erfolgen. Das kündigte Bahnchef Medorn in einem Interview mit dem ARD-Magazin Report an, das das erste heute Abend zeigt. Sein Unternehmen wolle deshalb verstärkt mit Spediteuren zusammenarbeiten. Nach Informationen von Report wurden bereits Gleisanschlüsse zum 31. Januar des nächsten Jahres gekündigt. Ein Bild bald mit Museumswert, der Gleisanschluss auf dem flachen Land. Die Bahn kündigt den Rückzug aus der Fläche an. Alle Versuche, den Güterverkehr hier zu stärken, gescheitert. Das Problem ist, dass die Bahn im Güterverkehr zu teuer und zu schlecht ist. Man muss direkt so sagen. Altes Material, umständliches Rangieren, unwirtschaftliche Abläufe. Bahnchef Medorn zieht die Notbremse, ähnlich wie seine Vorgänger schon vor Jahren im Personenverkehr. Er reagiert damit auf den fortschreitenden Bedeutungsverlust und dramatisch gesunkene Marktanteile im Gütertransport auf der Schiene. Dadurch, dass wir dort Unwirtschaftlichkeiten abschaffen auf der einen Seite, können wir auf der anderen Seite mehr investieren und die Langstrecken, wo die Domäne der Bahn ist, mehr investieren und dort, ich sag mal, gesunde Frachtverkehre installieren und insgesamt für die Bahn mehr gewinnen. Das ist das unternehmensstrategische Ziel. Das Containergeschäft soll es in Zukunft bringen. Anlieferung per Lkw an wenigen Güterverkehrszentren statt überall im Land verteilten Gleisanschlüssen. Widerstand aus den Ländern ist vorgezeichnet, denn der Rückzug aus der Fläche bedeutet, dass zahlreiche mittelständische Unternehmen künftig keinerlei Bahnanschluss mehr haben werden. Für die rot-grüne Koalition in Berlin birgt der Medornplan zusätzlich Sprengstoff. Künftig müssen nämlich noch mehr Güter auf der Straße transportiert werden. Eine glatte Umkehrung der bisherigen verkehrspolitischen Konzepte. An der Frankfurter Börse hat sich die Teilfahrt am Wochenbeginn fortgesetzt. Der deutsche Aktienindex DAX fiel bis zum Abend auf 6.683 Punkte. Auch der Index für den neuen Markt, NEMAX 50, stand unter Druck und verlor auf 4.556 Zähler. Der Kurs des Euro gab ebenfalls etwas nach. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 86 amerikanische Cent 95 fest. Der Dollar kostete damit 2 Mark 24,94. Nach den öffentlichen Spekulationen über einen Drogenkonsum setzt sich Christoph Daum jetzt offensiv zur Wehr. Der Trainer von Bayer Leverkusen teilte heute mit, dass er sich nun doch einer H-Analyse unterzieht. Damit will er die Anschuldigungen in der Auseinandersetzung mit Bayerns Münchens Manager Uli Hoeneß entkräften. Gefasst, betont cool geht Christoph Daum in die Offensive. Obwohl gar nichts gegen ihn vorliegt, will er mit der H-Analyse beweisen, dass an den Drogenvorwürfen nichts dran ist. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Das Ergebnis dieser Analyse wird in circa 4 Wochen vorliegen. Des Weiteren habe ich eine lückenlose Aufstellung aller Blut- und Urinproben veranlasst, die während meiner gesamten beruflichen Tätigkeit regelmäßig gemacht worden sind. Seit Wochen ist der Leverkusener Trainer in den Schlagzeilen. Eine Anzeige wegen Unterschlagung, Gerüchte um Prostituierte und Drogenkonsum. Aufgekocht durch alle möglichen Äußerungen. Doch in keinem Fall gibt es bislang Belege oder wenigstens ernstzunehmende Hinweise. Und trotzdem. Ich werde den Nachweis meiner Unschuld erbringen. Zahlreiche Freunde und Kollegen haben mir zwar von diesem Schritt abgeraten, weil es nicht nur die Umkehr unseres Rechtsprinzips bedeutet, sondern auch eine Abkehr von den guten Sitten unserer Gesellschaft. Daum machte zudem deutlich, dass er auch weiterhin Nationaltrainer werden will. Schon morgen geht es aber in die nächste Runde. Bayern München-Manager Hoeneß will sich in der Sache noch einmal äußern. Und der ist alles andere als ein Freund von Christoph Daum. Mit dem Nobelpreis für Medizin werden in diesem Jahr grundlegende Leistungen in der Hirnforschung gewürdigt. Den Preis teilen sich der Schwede Arvid Karlsson, der aus Österreich stammende Amerikaner Eric Kandel und Paul Greengard aus den USA. Durch Erkenntnisse über das Signalsystem zwischen Nervenzellen haben sie enthüllt, wie das Gedächtnis entsteht. Und sie haben die Behandlung von Nervenleiden wie der Parkinson'schen Krankheit ermöglicht. Überreicht wird der mit 2 Millionen Mark dotierte Preis am 10. Dezember in Stockholm. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 10. Oktober. In den Alpen und in den Pyrenäen fällt bereits Schnee. In weiten Teilen West- und Mitteleuropas Regen- oder Schauerwetter. Die Sonne scheint vor allem über Spanien und Portugal. Heute Nacht ist der Himmel im Süden und in der Mitte Deutschlands noch klar. Aber von Westen und Norden her wird die Bewölkung stärker und in der zweiten Nacht, der Hälfte, beginnt es zu regnen. Das Regengebiet zieht ostwärts. Trocken bleibt es nur im östlichen Brandenburg und in Vorpommern. Die Sonne scheint höchstens mal am Nachmittag im Westen. Der Wind kommt aus Südwest, er weht mäßig bis frisch, kann aber an der Nordsee stürmische Böen mit Geschwindigkeiten bis 90 Kilometern in der Stunde erreichen. Die Temperaturen liegen in dieser Nacht zwischen einem Grad am Alpenrand und 10 auf den Inseln von Nord- und Ostsee. Am Tag wird es frisch. Die Temperaturen reichen von 9 Grad am Rande der Alpen bis 14 Grad, zum Beispiel im Nordosten. In den folgenden Tagen zeigt sich die Sonne selten. Dafür regnet es häufiger. Am Mittwoch wird vor allem im Nordwesten starker Wind mit Sturmböen aus westlichen Richtungen erwartet. Folgen Sie uns zu den tiefen Wurzeln Australiens. Jenseits der Jagd nach olympischem Gold. Jetzt in Dreisat. Jenseits der Jagd nach O places 15 Grad. Jenseits der Jagd nach O viruses auf den ESP.